Ah, hi meine Lieben Freunde, was geht dir? Kommt in der ersten Folge auf meinem Kanal LLF44. Wie ihr schon gesehen habt, spielen wir Backwars und mit dabei ist der Du-Cracker-LP. Hi. Ja, und jetzt erzähl ich euch einfach ein bisschen was zu meinem Kanal. Sag mal, wieso deine Vögel im Hintergrund sind. Achso, ja. Ihr hört dieses Zwitschern, sag ich mal, immer im Hintergrund. Und das sind meine Vögel, sag ich einfach mal. Und also, bitte lasst euch nicht stören. Scheiße, woher hab ich jetzt in den Händen geworfen? Och, fuck. Ja, also ich erzähl ich erst mal ein bisschen was zu meinem Kanal. Also, auf meinem Kanal wird es jetzt außer Minecraft noch geben, also vielleicht Musikvideos. Und, äh, was es aber geben wird, sind Vlogs. Und, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Und, wir, und, äh, und, äh, was wir vielleicht, äh, mit noch einem Freund für den Kanal aufmachen werden. He, da machen wir eigentlich nur Vlogs und, äh, da, ja, da machen wir Channel, Challenges, der wird heißen, LL, LL. Zollernamen, ne? Also, äh, ja. Weil, ja. Lennart, Leo und Luis. Okay. 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 Okay, die laus. Das ist schon raus. Ah. 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 Wow. Alter, war's grad knapp. Ja, der holt sich Gold. Leute, waren One-Hit. Echt? Ja, der hat sich grade Gold holt und der war einfach One-Hit. Okay. Blau gehen bringt nix. Da ist ne rote, Achtung. Hab ich schon gesehen. Fuck, 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 fuck. Okay. Da kommt ein Blauer, da hinter dir ist ein Blauer. Scheiße. Boah, jetzt gehen die alle auf mich. Scheiße. Okay. Ja. neuner die schlusser das hier ein paar bei der rutsch die 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 hier weil sie auch noch ein Wettbewerb im Schwerst und nichts viel Gold hast er trägt auch st ich bin jetzt einmal kurz von der Rüstung st kann den Schwert geben stichst das 1 um ich habe schon st st da kommt jemand da kommen roter st so als war er und wie die die sieben scheiße erledigt ein betracht die besucht ihm mit der Hand zu kämpfen ich war eben ein One-Hit ich war eben voll der One-Hit echt wir sollte so wenig Herzen er es gibt nur eine neue Idee es ist es ist was hält ich das ich hätte und schenken bekommen und zu uns genau ich warte scheiße Was? Ich hab die gleich gesehen. Ich hatte vier Gold. Chicken. Eins, zwei, drei Wings. Okay. Hast du einen Bau? Nein. Okay. Hast du noch irgendwas vielleicht über deinen Kanal zu erzählen? Ähm, ne, eigentlich wird's nicht. Nein. Okay. Okay, wollen wir mal rot ausschalten? Oder warte, ich muss mal rot leben, noch rot leben, äh, rot ist schon tot. Wollte ich ja gerade sagen. Ne. Ja, wollen wir die auch schalten? Nein. Soll ich jetzt erstmal einen Bogen. Okay, ich hab schon Bogen. Okay. Okay. Lol, wir gewinnen, wir gewinnen. Na, verlass dich da mal, lass dich nicht so drauf. Als ob jetzt noch, äh, ein Typ oder so unser Bett abbaut. Na ja. Ja, okay, hast recht. Okay. Okay, vor mir ist grad'n grüner. Sehr keine Kryptos. Hi! Oh! Oh! Hi! Hi! Leute, der Tex? Oh, oder auch nicht. Oh, oder auch nicht. Dem du auch jetzt zwei Runden. Den hab' ich grad gekillt. Achso. Okay, warte, ich hole mir kurz ein Iron Schwert. Hast du einen Gold für mich? Äh, ja. Gibst du was? Kannst du mir was geben? Ja. Du bist bei den Editor. Glaube ich. Jetzt will ich den zweitbesten Bogen. Scheiße. So. Nix, ne. So, ne, das ist einer von unseren Team. Wo sind denn? Kommt. Hä, ja, wohin? Schieß denn einen von rot runter. Okay, mach das. Tocke. Er rasiert uns. Äh, äh, wenn der jetzt noch unser Bett abbaut. Ja, der geht in seine Base. Scheiße. Luis, hinter dir ist ein TNT scharf. Schönen. Okay, es runter. Es runter, oder? Schnell, wir müssen schnell unsere Base. Ne, oh nein, du hast nicht so. Boast family. Boast family. Nein. Du sollst Boast family. Boast family. Ich glaub's nicht. Ey, wenn die jetzt noch unser Bett abbauen. Ich hab's nicht. Scheiße. Quartier, warte, warte, warte. Warte, warte. Bau hier, ich hab's hier kurz ne Band. Boast flag, einfach. 6 die Erfnisse zu ich sie Füße ich ich das ist ein kurzes Schuss und noch zu ich ich Nahrung. Er schreibt doch Essen, Mann. Oder kommt. Er kommt. Nein. Hab einen von Rot. Nein. Ja, der ist noch runter. Hab einen von Rot. Leute, der ist geläftet. Alter, wie schlecht kann man denn schon sein? Ich versuche mir noch kurz ein Geurzel und dann habe ich mich um Bogen wieder. Einer besten, da kriege ich eh viel. Ich muss mal mal wieder was zu essen wollen. In Maykopf, oder? Ja. Ich fress doch nicht wegen einer Aufnahme, wenn ich eine Aufnahme habe. Ich trinke immer. Okay. Ich habe wieder den OP-Stuff, weiter. Bogen, hab die beste Rüstung, hab das zweitbeste Schwert. Ja. Ja. Okay. 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 Ey, was macht man, wieso bockst du dich hoch? Hm, aus Spaß und Freude, nein. Ich bin nur kurz in die Welt. Vielleicht ist da noch ein bisschen ruhig. Du bist wahrscheinlich auch. Du bist wahrscheinlich auch. Du bist der letzte Rot oder einfach nein. Okay, ich habe jetzt neun Gold. Ich habe den letzten roten bekommen. Echt? Ja, hab ich. Nice. Bin gewonnen. Jaaaaa. Die die... Neu, ich habe den sechs Akademen noch, ne? Geil. Wollen wir sie lassen, oder? noch eine Runde mit ranhängen. Äh, nein, das lassen wir einfach so. Ja, okay, ähm, ich sag, äh, tschau mit V. Ja, und, äh, ich sag, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschau, Leute. Tschau.